In der sechsten Folge von Let's Play Stellaris, wir haben unsere erste Kolonie auf Alpha Centauri errichtet und es ist ein großer Tag für die Menschheit, habe ich mir gerade angezeigt, ich habe es leider weggedrückt, um das Spiel zu speichern, ein großer Tag für die Menschheit und es ist soweit, wir haben hier, was machen die eigentlich? Das ist schön, das ist ein Schöp. Weiß ich was machst du als nächstes? Ah ok Haben wir denn unsere ähm... Ne, haben wir noch nicht, aber gleich dann Also ich wünsche es was ein bisschen, da können wir nicht Aber hier könnten wir kolonisieren Da werden die Tilaliten zwar wahrscheinlich ein bisschen genervt, aber trotzdem Die Vega-Kolonie war glaube ich schon immer War glaube ich schon immer, war glaube ich ein Star Trek auch ein menschlicher Außenposten Der war von den Borgmann über Danfurt Zumindest eine Star Trek Runde Na, ich weiß gar nicht Äh, du 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 Können wir denn schon ein neues Kolonieschiff bauen? Nein, können wir nicht Aber gleich Brauchen wir nur noch ein bisschen was und dann gehts los mit dem neuen Kolonieschiff Ihr wollt immer noch nicht Ja, 355 ist aber relativ viel, ne? 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 Aber ihr habt auch noch, also ihr wollt sonst auch nicht Naja Naja Na ok, die wollen auf jeden Fall auch nicht Na ok, die wollen auf jeden Fall auch nicht Ja Ein neues Kolonieschiff bauen So, was machst du hier? Oh ja, ich glaube hier dürfen wir grad echt nix anders machen leider Ja Ey, na, oh ein Klo Wo ist denn Klo? Oh ein Klo Oh, Klo sei echt ein toller Name Wie viele haben wir denn hier? Der wächst gerade erst Mein Gott Wir werden hier auch keine Der ist nicht in unseren Grenzen Der ist nicht in unseren Grenzen Ich finde es dauert alles ein bisschen lang hier Können wir hier nicht ein bisschen... Der ist nicht in unseren Grenzen Kolonisation war ist Für kein Ränder Der ist nicht in unsere Grenzen Ja, ich würde nicht in unseren Grenzen Lukas Feld Ach komm So ich möchte jetzt hier jetzt weiterkolonisieren EXPANDIEREN RELATIVE POWER OF EMPIRES Wollt ja nicht, ne? Ich kann leider gar nichts machen mit meinen Kontraktionsschiffen, weil ich hier keine Gebiete mehr habe Während ihr unser schönes Kolonieschiff baut, können wir hier eigentlich RESEARCH COMPLETE Anomaly found RESEARCH COMPLETE Zack RESEARCH COMPLETE RESEARCH COMPLETE RESEARCH COMPLETE RESEARCH COMPLETE RESEARCH COMPLETE RESEARCH COMPLETE RESEARCH RESEARCH COMPLETE RESEARCH COMPLETE RESEARCH COMPLETE RESEARCH COMPLETE RESEARCH COMPLETE Wieso? Kein Geld? Haben wir kein Geld? Hallo? Ich müsste genug Geld haben So Klingt fast ein bisschen zu schnell Construction Designship macht wieder nichts Und weil er das hat, kann er doch besser da hoch fliegen dann Was wollt ihr denn hier jetzt wieder? Ihr wollt immer noch nicht Verdammt älgerlich Hm Aber kann man nix machen wenn ihr nicht wollt ne? Anomaly found Benzer 8 ist in Deal Was sind denn die Bizarbenzari hier? Was sind denn die Bizarbenzari hier? Sie waren gerne diesel Oh Gott Äh wurde nicht Äh Instant Fem vielleicht nicht Äh 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 So Du fuhl braucht ja vielleicht auch nicht So 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 So, ähm, das ist jetzt irgendwie komisch, also naja, das hat mir jetzt gar nicht so viel Einfluss. Vielleicht sollten wir uns doch mal einen Außenposten gönnen. Ich wüsste aber auch nicht wo. Habe ich mir eigentlich meinen Timer gestellt? Nein. Okay, naja, keine Ahnung, ähm, ich würde sagen, das war's einfach mit der Folge, ich wünsche euch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.